hey leute was geht ab hier ist winnie von ms gamer tv vielen dank dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einer neuen folge von serious sam the first encounter in hd mit dem sepp und den sascha so mit neuen magazin leben die eigentlich rüstung also ich habe keine rüstung ein picknick korb ok alle in sächschen ich habe hier kugeln kannonenkugeln ja meine ich ja was keine gegner spawnen was denn da los hast du einen rück gemacht aber lass ich mal gerade da hoch ich check mal ab was hier abgeht also hier gehen hier ist eine tür warte mal mal sehen hier sind raketen und was gibt es hier noch oh ich weiß nicht hier müssen wir vielleicht später langen ja könnte sagen mal jetzt schicken wir mal die anderen drinnen ab auch rüstung was ist gespawnt wir sind ja auch mal sicher und du ja auch nicht viel spieler wenn sie gegen die wand obwohl ja fack jetzt wird runtergefallen egal die rennen trotzdem gegen die wand wir wollen auf sascha drauf geht wo fack ich hätte besser ausweichen sollen ja so nimm mal ne andere waffe ok ich hab auch 65 munition auch nix nimm mal die thompson so ich dir mal hier hier gehts auch lang ja super wir haben viele möglichkeiten irgendwie frage ist welches die richtige wow what the fack wow da hab ich dich grad gerettet du soll man erstmal da durch die seite durchgehen oder was ist das haupt was ist denn auf der ist hier auf der seite auch irgendwas aber so wie es aussieht nicht ich sehe zumindest ah doch hier ist auch ne tür ja na gut aber da kommen wir ja immer nur mit ihm so hoch ja aber da ist halt auch einiges also gibt es nicht irgendwie so ein wandjump so dass du gegen die wand springst und dadurch dann nochmal abdrücken kannst so wie bei mario oder so wär irgendwie cool dass du für mario gekriegst ja wand getrunken ey cool was ist denn das blaue kühlschrank aua da kriegt man ja schaden dass einfach weiter geradeaus neu ist na komm ja auf sie mit gebäude na wohl ich freue jetzt noch nicht ach du was du hast du hast ich doch gerade schon was kommt denn da angefloggt ich hab gerade selber damit schaden oh auch jetzt sind viele teile oh guck mal an direkt alles kaputt biomechanoiden oh Leute grönerischi wieso ist meine rüstung schon wieder dauernd war bestimmt dieser bulle eben der mich voll erwischt hat hier kommen vielleicht also hier ist bestimmt irgendwas tolles gehen wir hoch sasche oh alter das ist ein riesiger raum aber kommen damit ja nicht alle dahin können vielleicht können könnt ihr mich auch noch mal grad hoch lassen dann kann ich aus den leuten zeigen wir kommen wir kommen nicht mehr raus what the fuck ja wir kommen nicht mehr raus oh nein nicht cool was ist denn da auf der anderen seite ist nämlich auch noch mal so ein tor wurde ja alles nüpfel hinter dir gut derweil schaue ich mich mal hier um was hier so drin ist ja guckte ich glaube ach so aber ein theoretisch müsste es noch noch dann müsste es noch ein paar wachen geben neuer leute wir ich weiß jetzt wie man an den seiten da hoch kommt wo wir am anfang nicht hoch haben weil nachdem wir hier durchgegangen sind wo kommt er da oben da bist du jetzt auch hier bei uns oder wie ne aber ich habe jetzt gerade den weg gefunden wie man da an den seiten hochkommen wo wir eben nur mit einer aber sowieso hin da muss man dann noch so komische dinge einsammeln damit man weiter kann oder so wo willst du denn jetzt eigentlich sascha da wo geballert wird da wo gerade die ganzen hauptchen hinschießen also was geht denn jetzt hier ab wo ich bin hier gerade immer wieder neue mobs als problem wieso geht denn jetzt die tür ja nicht auf eigentlich müsste ich auch aufgehen und jetzt bauen schon wieder irgendwas oder oder ne doch nicht aber die seite ging auf na die geht noch ich brauch jetzt dringend munition ein ah da ist für die get in gang boah alter wieso krieg ich immer diese doppelläufige schwortfremde mann die unnützigste waffe in dem game das war das aber zusammen bleiben wow 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 so da ist ein wir haben beide gerade wenige leiten oh le raketen heini ja wenn ich wüsste wo du bist hier hinter dir ich bin hinter dir was ist jetzt los nein sehe ich auch wieder eine tür ah da oben ist was hier geht es wieder zurück ok ach du krass du ziehst da nochmal hoch ähm es kommt noch so ein Vieh oi loi moment was hast du Zeit zum benutzen oh oh wir sind da irgendwas gesporen ja dann mal oh 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 irgendwo war ich doch so ein kreis war der skorpion bei euch äh ich glaube ach ne da ist er er ist bei mir hier wtf da ist noch ein schalter ja habe ich grad aktiviert ah merkt man nein aua 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 Ich brauche irgendeine andere Waffe Ich wünsche mir doch mal einen Pumpkanal Alter Leute, hier sind viel zu viele Gegner gerade Ich schaff die alleine gar nicht Wir haben auch gerade ein paar ganz liebe Waffe Nein Komm, scheiß drauf Na, ist egal, der Ups Ja, krepiert gerade auch ziemlich oft Ohja So, ich hab jetzt die beiden Schalter aktiviert Das heißt, hier muss irgendwo was aufsagen Ja, leider In der Mitte ist offen Na, nehmen wir wieder die Gatling Aber irgendwie müssen wir doch bestimmt wieder zusammenkommen Oder nicht Ja, wir können irgendwie gehen Wow Oh 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 Alter, die überrascht mich hier gerade übelst Wo ist der Abflug Wo ist der Abflug? Ach, mein Abflug Na, ich bin schon wieder tot Oh Oh Und jetzt Oh Oh Oh, ich bin jetzt mal irgendwo wieder rein Oder so Oh 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 Ich weiß, wie das bei euch aussieht Aber ich hab mich eigentlich nur mit der Laser Gun Den Raketenwerfer, die Gatling Gun und der Thompson angefreundet Oh Ich hab mich nur mit der Gatling Gun Hinten Hinten geht's nicht weiter Du musst immer da vorne weiter gehen Ich bin jetzt hier unten nochmal alles abgegangen Habe aber sonst nichts mehr gefunden Ja, Mami tot, was jetzt? Wo bist du denn jetzt? Ich bin wieder da oben Ja, ich bin jetzt den Moment ganz oben wieder Ach, da bist du Ja, ich glaub, ich weiß, wie Ich finde ich gerade auch gar keine Munition da geht es nicht weiter vielleicht muss ich da hoch wir kommen wieder zurück raus naja ich habe den weg auch schon gefunden hier sind irgendwie Gitter vor komme ich gar nicht dran hilfe du musst erstmal wieder zu dem einen Vorsprung wo du gerade eben hinschwingen wolltest grüße ja wo ist hier warte lösen ein paar mal mal so ein bisschen rüstung besser als gar nichts ach so dann müssen wir hier einfach nur lang ich glaube von hier bin ich gekommen also ich glaube die Trommelmusik geht mir langsam frischen auf den Keks ja ich habe die Musik ich komme gar nicht mehr zurück wo bist du denn eigentlich bist du durch die große Tür gerade ausgegangen da oben ist ein Herz ich bin wenn ihr von dem großen Raum in den zweiten großen Raum geht durch die Mitte dann geht es direkt rechts könnt ihr dann durch eine Tür wieder zurück da auf die Höhe wo man wo wir eben nicht hoch kam das ist ja wo bist du ah ok du bist da ich muss irgendwie an das Herz dann kommen weil das kann ich sehr gut gebrauchen Frage ist nur wie was ist denn hier bestimmt da hinten nö hier kann man ja nicht sein wir kommen Gegner wir haben jetzt eine große Säule bei uns in dem Raum wo wir jetzt sind in der Mitte geheime Ort gefunden ah nice ich habe es doch geschafft sehr gut was ist denn das hier ach hier wei- oh mein Gott das ist quasi so eine Sprungfeder oder so ein Sprungfeld wo man einfach nach oben springen kann mhm äh wüsst du noch den einen Raum so mehr oder weniger am Anfang wo man wo diese in der Mitte diese komische Pyramide ist wo so in der Mitte so leuchtet ober von der Pyramide war äh nochmal eine starke Rüchte und das ist immer so ein Geheimnis was man hätte finden können da ist nichts weiter wach ja ich kann weder zurück noch äh finde ich gar einen Weg na hab ich gesehen lassen wir dann wieder in den Raum da gehen so wo ist der Vincent denn jetzt immer noch weiß ich hier ach da ist das ja ich bin auch in so einem großen Raum wo aber noch mehrere hier hoch ja Polyphenblöcke stehen wo auch so Säulen hochgehen wo waren gerade noch ach da war die Tür vielleicht geht die jetzt auf weil eine andere Tür gibts hier gar nicht ach nö jetzt bin ich runtergefallen ok soll ich hier mal reingehen und gucken mach mal ach guck mal dahin ist der Sepp ja ok warte das hier ist bestimmt ein wunderbares Rätsel und das gucken wir uns jetzt mal an ich hab ja schon alles gemacht also warte mal wo war das jetzt noch ich glaub genau dahin dahin in der Ecke ist ein Herz also da da könnt ihr mit einem Sprungfeld ganz schnell hoch springen wo dann warte ich zeig's dir boah jetzt haben wir hier erstmal die geile viele Muni ein ne hier war das nicht warte wo waren wir noch die oh Rüstung ähm das große Tor Alter hier sieht alles gleich aus warte mal was ist denn da oben da oben ist auf einmal was das war Freude noch nicht da das muss man einsammeln da funkelt irgendwas schönes komm ich da so hoch dran ich versuch's mal na scheiße war klar immer so kompliziert einfach hier und dann da und dann so äh habt ihr euch das Herz schon geholt wo ist das denn warte ich wo ist das ah hier oh warte 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 wo ist hier ja warte ich muss nur die Mops hier killen auch da ganz hinten komm rein den großen da hinten erledige ich den großen da hinten erledige ich nein das mach halt die Harte gibt die gar nicht auf die Fresse junger wo ist die denn da da ah die ist runter gefallen wo nein und wo jetzt ähm wo ist jetzt das Tor da ist das Tor das heißt ähm ne hä wo war das jetzt in einer der Ecken war das da nicht da auch nicht ach da war das oder oder ich bin grad ein bisschen verwirrt obwohl ich ganz seit hier war sieht jetzt alles wieder anders aus ne hier war es doch noch hier wo ist hier wo ist der Sepp oder da in der Ecke ich bin oben auch cool einfach auf die Plattform drauf stellen Winnie ja ich weiß also YOLO raus hier raus mit uns ich hör die ganze Zeit irgendwas knurren aber es ist nicht mein magen das ist knurren let it be da ich jetzt nur Moment ich brauch Elektrizität ach von hier kommt ja ne ja ja jetzt hier rechts an das große Tor rein aber wenn wir uns hier ran nehmen wir mussten doch diese Teile sammeln wo da kommen sind habt ihr denn auch so ein Teil gefunden was ja das was du gerade eben eingesammelt hast ja ich glaub jetzt können wir auch weiter ja goh wow wow wo kommt der denn her Hilfe Harpien Scheiß Födervieh jetzt spritzt wie sonst was oh da ist wieder was für die also die werden voll zu campern diese Skelettviecher die warten was man kommt und dann springen die einen an ohja auf der anderen Seite gibt es auch nochmal sowas da ist schon wieder so ein Vieh da ist schon wieder so ein Vieh aber hier ist ja gar nichts jöde echt nicht nein oh also weiter da ist noch ein Fläschchen Fläschchen auch noch Fläschchen auch noch Fläschchen kannst du alles nehmen ich weiß was ich muss den Schlüssel suchen ich bin sicher dass er in der Neue ist und du ihn schnell findest ich glaube wir müssen ganz nahe im Raum des steigenden Obelisten ich bin sehr gespannt was wir dort finden wir müssen den Schlüssel finden achso aber ich denke mal der wurde jetzt erst freigelegt dann werden wir es wieder zurück können wir nicht da muss ich in einem Raum irgendwo sein ja hier oben links da geht es nämlich weiter ja ich wusste es ja ich wusste es oh unsichtbarer da ist da da ist da da ist Brot oh oh wow wow wie fies houu wie fieß houu aufgrund dem hochgegangen ist wer weiß aber nicht nur noch weiter und sieben also das ist von das heißt wir können wir zurücklaufen oder wir haben uns glaubt es wird auch dann und allerdings auch noch mal so was schon mal war und die Position des Bonn Ja, auf der anderen Seite ist auch noch mal so eine Tür. Hier geht's jetzt auf. Aber auf der anderen Seite ist auch noch mal so eine Tür. So, geht die denn noch auf? Nope. No. Aber wir müssen verwirren. Oh fuck, da geht's halt runter. Oh ja. Oh ja, oh oh. Achtung, Bach, was soll sein? Das kann nicht gehen. Die wollten bestimmt einen dafür sorgen. Die wollten bestimmt, dass man vor Schreck dann rückwärts läuft und in das Loch fällt. Wow, Frösche. Da ist halt bestimmt auch noch. Oh, nur Scheiße. Oh mein Gott. Ja, jetzt wird's krass. Irgendwas geht da gerade auf. Ob das Stein-Doppelisk oder so, ja. Vollautomatik. Ich steh im Garten. Hab nen Harten. Okay, und jetzt? Belshoch, da muss ich gern mal drauf. Ich würde den Rand der Map schauen. Ja. Ey, cool, der fällt auseinander. Hast kaputt gemacht. Ja, Mann. Oh nein, da kommt irgend so'n Laser raus. Wow, 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 wow. Nicht nice. Ja. Warum hab ich mein Leben gelassen, ey? War noch voll in der Sequenz drin. Sequenz zu Ende, sterb ich. was du noch in den besten Jahren so, wo schießen sie denn hier? oh, da ist keine Rüstung doch, da ist Rüstung ich habe Rüstung gefunden ok, ich habe eine Papyrusrolle gefunden ich auch muss mal gucken, vielleicht kannst du verkaufen 1,50 nur 2,50 mach mal, wunderbar ist denn in Wasser hier was? nö impossible wie kommt man da in diesen roten Panzer? muss man gar nicht hoch ich glaube, wir müssen einfach da vorne weitergeben ja da hinten ist so ein roter Panzer, aber da kommt man nicht dran weil dein Gitter vor ist oh links oder rechts oder links oder rechts oder links oder links ja sollt man rechts laufen? nein, links oh, läpp mich am Arsch das heißt nichts Gutes oh, da ist sogar ein großes Munitionsteil oh, Leute, ich würde sagen, monstermäßiger Mega-Boss-End-Kampf ja, das könnte ja das letzte Level sein ok, dann nehmen wir alle das ja, ich kann irgendwie voll viel gar nicht mitnehmen wir nehmen alle ja alles brauche sie keine Richtung ähm ok, alle rein warte, da muss ich mir noch eine Kippe anstecken schnell aber hau nicht so mit dem Geklopfe rein, weil das wird man sonst übelst also, waren sie schon drinnen? nein, ich komm jetzt ok ähhhh ja, wir sind vorbei Ende leiten haha du musst so oder so hier runter ne, ich komm mich nicht ich soll euch jetzt Köder spielen oder was? ja, mach du mal Köder, lauf mal durch lecken mich, Leute ich geh nach Hause oh fuck ich wollte eigentlich schön den Weg nach unten nehmen, bin aber zu weit vorgeladen ok, passiert im Moment noch gar nichts nein ist auch runtergefallen ja, ich wollte eigentlich auch so ein Töpfchen ausgehen ja, soll vielleicht noch die Ecken absuchen vielleicht ist sie ja irgendwo noch Russi ah, sieht aber nicht so aus die Schalter sehe ich jetzt auch keiner das ist ja jetzt einfach mal durch die Tür durch wow, wir sind hier nach einem monster-mäßigen Riesenkampf warte, 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 warte das geht das boah vokava JO hier ist aber nichts doch, da muss nicht immer irgendwo Schalter sein du, mein Kleident Sch�을 Oh ich hab was, jetzt war's, was dla, es war's das ist ein Fußball ok, 93 einer und zuerst gesehen haben wir also ich mach die großen die überall versteckt sind die kleinen ich mach das was mir gemacht verkehrt nicht bei den großen roten Mechanologien die Raketen könnt ihr wegschießen noch drei übrig oder ich glaube hier kommt wirklich alles entgegen was es in dem Game gibt ich glaube wir müssen die großen roten killen analysieren wo ist der Bulle wo ist der Bulle kann man da hin und und in der Mitte hoch und das schlüssel aber auch ein Komikaze aber hier ist auch noch ein schlüssel schnauze och ne, hart führer oh aua, was hat mich da gerade genutzt ach du hier, kleiner freckle ok, noch zwei gekocht noch zwei was? schlüssel ich krieg grad vor links sowas ouch, ouch, ouch ballt ihr hier gerade mit den kanonenkugeln rum? ja, ja, ich mach das halt nicht, da tauchen wir sie rutsi der wird so scheiß wie katz ja, ich glaub die mann ist echt extra dass man echt die schlechteste Waffe nehmen soll ich hab ja noch mal ne meine Läderwaffe muha die fehlen dann noch ich muss am besten zwei, glaub ich da ist noch einer ja in der, in der Mitte glaub die zähl, die haben wir doch alle schon ach so, ja so, ja so, ja so, ja so, ja das einzige was ich hier rumliegen sehe sind noch Lebensfläschchen ja, oder was sie vielleicht sind die auch woanders noch nicht nur in diesem Raum hier ja, ich muss noch guck mal ob man schon weiter kann ne, wa ne, zurückkomm man auch denkt man auch nicht vielleicht muss man nochmal nach oben hier gehen weil ich hab mit einem Becher gefunden wie man nochmal nach oben kann Blocker Charm YOLO ja sind wir da oben aber hier oben ist für heute auch nichts mehr ah, ich hab einen ja wahrscheinlich spawnt immer ein neuer weil ich rechne die nicht rechne die nicht damit dass mal, ja, so schnell killen ja mit Raketenchamp am, wo wir reingekommen sind oh fuck, was war das kann man auf diese Säulen hochsteigen und dann kann man hier so eine Rampe wieder zum Dingenzug laufen wo ich jetzt wieder bin wiii ok, es wird nur noch einer da oben ist auch noch ein Vieh ich glaub so weit komm ich mit den Raketen nicht wow wo ist denn eins? ich baller schon ab noch feine gepaunt ok, wir müssen eins müssen wir noch finden go, ich war eine kleine Schlüge halte die Augen auf ok ich hab's, ich hab's, ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's noch einen übrig fehlt immer noch einer danke Munition Leute, Munition und Läden oh wo ist Munition und Läden? ah, sehr geil und Rüstung ja, und ich bin gleich down boah, alter Aua fuck mich nicht ab du zweiläufiger Handlanger von irgendwem ich weiß ja nicht wer hier das sagen hat bei denen von geh doch den Korb und hab den schon gefunden noch nicht mach ein kamikaze Bomber boah ich hab noch eine Rüstung Stopp lasse ich jetzt fest Scheißteile Irgendwas explodiert hier noch Was geht da ab? Alle gehen schon geplatziert Ok Tür ist offen Move move Oh Oh Warte warte Leute wir müssen neue Folge starten Ja ok Also vielen Dank fürs zuschauen und bis zur nächsten Folge Tschüss Ciao A A A Untertitelung des ZDF, 2020